Die Magdeburger Wohnungsgenossenschaften laden euch ein zum Genossenschaftsfest direkt an die Elbe. An diesem Sonntag stehen auf der Bühne am Petri Förder, die SDS-Star, Annemarie Eilfeldt. Ich bin zwar schon so alt, aber ich bin trotzdem Schlagerfan und freue mich auf Ella endlich. Es sind Spuren auf dem Mond und wir haben sie gemacht, unsere Fahne steht in der Hand. Schlagerkönigin Ella endlich und Superstar Max Wutzke mit seiner Band. Die Kleinsten freuen sich auf das Kindermusical Ritter Rost. Und ich freue mich auf Ritter Rost. Zu unserem Fest gibt es Magdeburger Originale. Ich freue mich auf Sumberger Bier und auf Zupfflasch. Jute Sache, ich freue mich drauf. Wir sehen uns Sonntag am Petri Förder in Magdeburg. Übrigens, der Eintritt ist für alle Besucher frei und Essen und Trinken gibt es zu familienfreundlichen Preisen.